Hi und herzlich Willkommen zu meinem neuen Projekt, das The Proces ist, wie ihr seht. Es ist ein Survival Game, was gerade erstmal in der ersten Alpha auf Steam zu kaufen gibt. 15 Euro kostet das ganze, ich weiß nicht, also alle die Survival Games mögen, sollten sich jetzt auf jeden Fall mal runterladen. Und ja, ich hab schon ein bisschen gespielt. Ja. So und jetzt ist es natürlich ein Flugzeug, ich glaube nach Hawaii oder so. Ganz alleine, nein, jetzt ist unser Saison dabei. Ja, unser Sonntag beschläft, wir wollen glaube ich den Film gucken. Necklacks. Okay. Hopper Filmation. Passt ja. Und wer an der ersten Alpha in der ersten Alpha ist, den würde die Alpha in der ersten Alpha schon abgeben. Oh, 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 oh. Das gibt ne dicke Beule, aber ne richtig dicke Beule. Oh, 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 oh Wir suchen von der Faust. Ja, wir sind hängig. Am besten suchen wir uns was zu essen. Hier haben wir was. Ich nehme alles mit aus. Oh, ich habe einen Stein gefunden. Ein Flugzeug direkt ein Stein. Was ist das denn? Bugabugga. So, hinten ist doch ein Haus. Okay, das ist schon mal ein sehr guter Start. Ich bin direkt in der Nähe der Hölle. Einfach alles mit mir was hier so ist. Und vor allem Eidechsen brauche ich. Der Vorteil an Eidechsen ist, dass du einfach dann ein bisschen Panzer rumkriegst. Und das versuche ich gerade mir aufzubauen. So, jetzt mal ein bisschen weiter weg von dem scheiß Dorf. Ja, ich will am Wasser eigentlich bleiben. Aber das Problem ist, die patrouillieren hier. Ja okay, hier sieht es doch ganz okay aus. Dann bauen wir als erstes. Und zum kleinen Shelter. Welche Richtung? Ich denke mal so ist okay. So, dann machen wir direkt... Ähm... Ein paar Wände hin. Damit wir wissen, was wir alles bauen müssen. Nein... Na komm, genau da. Genau so wollte ich es sagen. Das heißt, ich brauche 20 Loks. Das ist schon mal wunderbar. Komm, können wir das Ganze schon mal voll? Nein, brauchen Blätter und so einen Scheiß. Na komm, ich glaube die erste Folge wird daraus bestehen, dass ich hier meine Basis baue. Ich hoffe, ich treffe hier keine Uga Booga Leute. Was? Wie schnell wird es denn dunkel? Erstmal die Saiten. So Uga Booga. Und? Scheiße. 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 So, so, ein paar Stücke brauchen wir noch, ein paar Lücke auf jeden Fall innen. So, 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 so. So, 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 so Oh, hier waren die Stücke. Jetzt noch eine Feder. Oh, eine Feder. Oh, hier waren die Stücke. Ich brauche noch ein paar Stücke. Oh, hier sind die Stücke. Ich brauche noch vier Stück für das Schattenbilder. Oh, hier sind die Stücke. Oh, eins. Das ist der zweite. Zwei. Ist das denn genug oder was? Schnellere fallen. Hopp, hopp, die Wand fliegt. Keine Uga-Buggas. So. Okay. Ich brauche das Haus noch. Die ist doch... Unser Haus ist fertig. Jetzt machen wir sofort hier irgendwo ein Feuer hin. Damit die Mühe nicht anders abkommt. Zwei Steine. Da sind die Stücke. Zwei Steine. Zwei Steine. Zwei Steine. Zwei Steine. Zwei Steine. Zwei Steine. Sehr gut. Und das ist vollbracht. Unser Feuer. Okay, bis zur nächsten Folge.